Er muss sich nichts mehr beweisen. Und anderen? Sowieso nicht. Er genießt sein Leben und sitzt dabei noch jeden Tag im Sattel. Trainingsergebnisse im Web-Posten ist nicht sein Ding. Trainingsvorbereitung mit seiner neuen App? Schon eher. So, jetzt geht's los. Peddler Racer S. Das erste Bike, das dich wirklich versteht.